das entspannen des zwerfels erstens diagnostische bewegung hände legen wir auf die unteren rippenbögen hier seitlich und atmen einfach und spüren gibt es da bewegung oder nicht wo mehr wo weniger und versuchen uns das zu merken dass es so ist wenn es zwerfels wirklich verspannt ist ist hier kaum was möglich kaum was merkbar dann ist mir hier das unphysiologische so jetzt werden wir erstmal die brustbeinspitze finden also hier ist das brustbein in der mitte des brustkorbs geht nach unten hier kommen die rippen zueinander in so einem bogen und wo sie sich treffen ist da auch schon die brustbeinspitze sie ist so ein knöchner runder etwas so ein vorsprung wir gehen da rein einfach und spüren aha da ist was ein kleines etwas ja so jetzt legen wir die finger aneinander zeigefinger mittelfinger beide hände wie in so einem hacken und mit diesem hacken gehen wir in diesen rippenbogen zusammen kommen ja in diese spitze so um diese rippen drum rein man soll das nicht nach dem essen machen das ist wichtig nüchtern ist besser im sitzen ist besser im liegen geht es auch für ganz faul im sitzen im stehen an der wand kann man auch einfach sich an die wand anlehnen dann geht es auch so jetzt gehe ich mit meinen fingern unter die rippenbögen hier in der mitte ja beim ausatmen gehe ich rein bis es nicht mehr geht ich kann mich nach vorne rollen wenn es einfacher macht da kann schon schmerzen jetzt werde ich einatmen in den brustkorb maximal in den maximalen schmerz und halten 1 2 3 4 5 alle senken 6 7 8 9 10 und langsam ausatmen die finger bleiben drin einatmen maximal in den brustkorb in den maximalen schmerz ganz wichtig und halten 1 2 3 4 5 die fingern gehen rein 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 6 7 8 9 10 lang ausatmen und so macht ihr bis der schmerz weg ist was wichtig ist dass wenn ihr die finger rein tut ist die bewegung richtung der bewegung wohin der druck geht ist 45 grad richtung zwischen die schulterblätter als würdet ihr so ein durch rein stecken in sich das hier raus kommt so das ist das eine ihr bekommt dann schmerzen beim einatmen das sind dann die schmerzen wohin die verspannung überhaupt ausstrahlt und werdet vielleicht feststellen das kann ich ja das macht ihr dann so lange bis es vorbei ist bis es nicht mehr schmerzt und dann legt ihr die finger auf die lippen hier wieder die hände und schaut was hat sich verändert so das ist das eine das macht ihr dann so lange bis der schmerz nach ist und wenn der schmerz weg ist werdet ihr vorstellen die bewegung hier hat zugenommen weil das zwerchfell sich entspannt was haben wir jetzt noch das zwerchfell besteht aus zwei kuppeln mir arbeitet das zwerchfell wenn im artikel noch nicht klar war entspannt steht es so im brustkorb so nach oben und wenn wir einatmen dann senkt sich das ganze nach unten und schiebt dann innere organe nach unten schaukelt sie und beim ausatmen entspannt er sich wieder und legt sich wieder so und die rungen werden ausgepresst die luft geht raus wenn das zwerchfell verspannt ist dann ist es so geblieben dann entfällt die bewegung im bauchbereich die organe werden nicht mehr passiv massiert und das ganze worüber ich schreibe passiert nicht mehr und dann atmen wir einfach nur hier oben und das reicht ja nicht weil die dunklen bewegung ist durch die bewegung des zwerchfells bedient durch nichts anderes es ist sehr schwer zu atmen ohne diesen atemmuskeln und dann kann sein dass wir spannen alle bauchmuskeln um einfach ein bisschen mehr zu schaffen ja und hier natürlich oben alles so was machen wir jetzt das zwerchfell besteht aber noch aus zwei kuppeln das kann sein dass die verspannung nicht mittig sitzt sondern ein Teil ist mehr verspannter als das andere und dann gehen wir jetzt diagnostisch wenn es schmerzt macht er dann weiter wenn nicht gut dann ist es nicht so wieder da rein nur die richtung der bewegung der finger ist nicht mehr so nach vorne sondern erstmal zu einer schulter und dann beim nächsten mal zur anderen schulter dann habt ihr diagnostiziert wo sitzt die verspannung eigentlich ja versuchen wir mal zu dieser schulter zu bewegen einfach so gehen rein atmen aus finger rein die bewegung der finger richtung schulter einatmen in den brustkorb und halten eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn jetzt auf zehn ausatmen wunderbar wenn es weh getan hat hier posieren weiter machen jetzt die andere richtung rein gerollt die finger zeigen richtung dieser schulter einatmen in den brustkorb in den maximalen schmerz falls es kommt und halten eins zwei drei die finger drücken vier fünf sechs sieben acht neun zehn und langsam ausatmen ja wenn es weh getan hat dann entsprechend ein paar mal machen das kann fünf minuten dauern 30 minuten eine stunde aber irgendwann lässt der schmerz nach und die sache nimmt darum auf dass das zweifel beginnt sich normal zu bewegen und dann die hände an die rippen und atmen und spüren habe ich jetzt mehr bewegung oder nicht im stehen kann man das besser spüren da bin ich mir sicher das könnte versuchen aufstehen und spüren zum spiegel gehen schauen wie atme ich jetzt ja das ist viszerale möglichkeit das ist viszerale therapie im prinzip gewesen ja das ist jetzt nicht somatisch nicht bewusst sondern viszeral das bringt auch erfolge es kann sein dass ihr diese art der viszeralen therapie täglich machen müsst eine woche vielleicht und dann wird es vorbei gehen jetzt zeige ich meine methode wie ich mein zweifel entspannen kann das würde ich jetzt danach machen wenn das hier ganze schmerzbereich schmerz ausstrahlung weg ist und auch unabhängig ja machen wir auch 5 5 10 10 die bekannte methode das habe ich so zusammengesetzt aus unterschiedlichen erkenntnissen in sachen neuromuskuläre verbindungen wir werden die hände hier legen zur kontrolle wir werden einatmen auf 5 das ist die anspannung des muskels dann halten 5 sekunden lang und dann auf 10 sekunden den muskelbewusst entspannen dadurch ausatmen und dann nach dem ausatmen möglichst lange halten diese entspannung und bewusst entspannen also nicht wieder einatmen versuch das mal vielleicht wird es weniger als 10 sekunden was danach kommt der nächste atemzug der kommt dann unbewusst und das wird ein zwerchfellatmung sein auf jeden fall das ist eine art auch sich zu entspannen das zeige ich vielleicht später noch machen wir erstmal das also die finger hier einfach zur kontrolle nicht dagegen drücken nicht pensikulieren sondern einfach kontrolle jetzt atmen wir ein schön in den bauch auf 5 versucht das mal ich kann schlecht einatmen und sprechen ich versuche mal zu nicken fünfmal machen wir so ja also jetzt ausgeatmen einatmen langsam hier halten alles lösen alles spannen und lösen jetzt spannen langsam langsam lösen auf 10 und ausatmen und ausatmen dabei einatmen und dieses einatmen auf jeden fall zwerchfellatmung ein bisschen schwierig man kann ein bisschen kürzer machen aber anspannen muss immer kürzer sein alles loslassen versuchen wir nochmal es ist ein bisschen kompliziert wie ich merke im liegen ist es einfacher also wir atmen ein wir können selbst zählen zum beispiel atmet langsam ein spürt hier bewegung dass das zwerchfell auch arbeitet also zum beispiel auf drei kann man probieren ja dann drei sekunden halten und dann auf sechs sekunden also doppelt so lang muskelbewusst entspannen und dadurch ausatmen komplett maximal und dann die pause einsetzen möglichst lang nicht einatmen nicht bewusst einatmen warten bis der körper selbst luft holt und dieser wuff das ist auf jeden fall zwerfellatmung die von einem anderen atemzentrum kommt im gehirn diese unbewusst einatmen was uns eben nicht erst in der nacht wenn wir apnoe haben falls wir apnoe haben und diese art der technik alles ausatmen und lange lange warten lange lange warten 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 bis das atmen von alleine kommt das ist entspannend das kann man bei panikattacken benutzen das kann man zum einschlafen benutzen das könnte auch bisschen schwindelig machen weil das erhöht co2 gehalt des blutes und das wirkt beruhigend also nicht der sauerstoff wirkt beruhigend eigentlich sondern kohlenstoff co2 also nochmal auf drei versuche ich also ich atme ein auf drei spüre ich die bewegung stehe ich hier eins zwei drei sagen wir mal so ja und jetzt lasse ich sparen und atme natürlich aus und warte alles entspannen ja der nächste atemzug ist dann lösend ja und jetzt kann man gucken was haben wir dann erreicht mit unseren experimenten ob die lippen sich besser bewegen das ist die bewusste art zwerfell zu entspannen dann kann man noch den hubschrauber machen das video gibt es auf meinem kanal bereits das ist dann die bewusste kontrolle über das entspannen des zwerfells wie lange kann ich bewusst entspannen das ist auch interessant und sinnvoll entspannt auch den runden mundmuskeln das ist aber eine andere geschichte so was kann man machen wenn man finger nicht reinstecken kann weil man vielleicht arthrose hat dann nimmt man eine flasche oder eine tasse mit so einem henkel und jetzt schiebt man hänkel drunter oder man nimmt eine flasche und schiebt man einfach hier rein unter die lippen man kann an die wand sich stellen an stützen und dann da rein und macht man genau das gleiche erst die richtung so und dann die richtung schulter schulter und so kann man das auch machen für alle die nicht können einfach mit zwei händen halten und hier rein stellen und dann hier verschiedene richtungen ausprobieren auch verschiedene vektoren der der bewegung der finger oder des deckels was kann man noch machen wenn man herausgefunden hat aha das ist die schmerzhaft aber jetzt ist es besser geht man unter die anderen bereiche der rippen vorne weil das zwerfell ist vorne an der brustbeinspitze hinten an den wirbeln schwierig darunter zu kommen und vorne an den rippen und das kann man hier auch so machen dass man genau so reinsetzt in den brustkorb einatmen bis in den maximalen schmerz dort diesen maximalen schmerz fünf sekunden aushält und danach langsam wieder ausatmet und Druck beibehält und ich hoffe es hilft euch und ich freue mich über eure kommentare über likes übers teilen und über euren feedback ob positiv oder negativ ok dann macht mal lassen wir das mal verschwinden ja was könnte ich noch schnell schnell sagen zur atmung wenn man richtig atmet dann ist hier keine bewegung nicht so viel wenn ich falsch atme dann atme ich mit dem brustkorb dann ist bei mir hier bereits sichtbare bewegung wenn ich mit dem zwerfell atme dann geht der druck nach unten viele sagen man muss mit dem bauch atmen so dass der bauch so richtig raus geht am anfang kann man das trainieren ich einfach hinlegen irgendwas auf den bauch und dann schauen dass es hebt ja aber physiologisch ist es nicht weil physiologisch geht der ganze druck in der bauch nach unten richtung beckenboden aber das ist eine andere geschichte dazu mache ich mal einen kurs damit der man das lernt auch richtig zu atmen und richtig den beckenboden zu benutzen damit verabschiede ich mich ciao ciao